Der Heilige Geist führt immer zur Einheit. Das ist, was er ist und das, was er tut. Das ist auch nicht verwunderlich, weil er sein Hauptwesensmerkmal oder was ihn auszeichnet, ist ja gerade, dass er die Einheit zwischen Vater und Sohn ist. Und daher kann er gar nichts anderes außer immer zur Einheit führen. Und deswegen, wenn man versucht, unterschiedliche Kriterien herauszufinden für die Unterscheidung der Geist, da kommt jetzt etwas vom guten Geist oder vom bösen Geist. Böse Geist meine ich immer gleich der Teufel, aber auch manchmal. Aber herausfinden, was ist jetzt wirklich von dem Geist Gottes und was nicht. Was kommt von dem Geist der Welt, von mir, von meinem Egoismus, von mein Stolz, vielleicht mein Getriebensein oder eben auch von der Widersacher. Was ist jetzt, welcher Geist des Kind ist dieser Gedanke, das, was hier vorgeht, dann ist das erste Kriterium, was man anschaut, ist, führt es zur Spaltung oder führt es zur Einheit? Und natürlich kommen wahnsinnig andere viele Kriterien mit. Ist es in der Wahrheit getan? Entspricht es den Hauptmerkmal und Hauptpunkten des Evangeliums, wie die Nächstenliebe, den Zehn Geboten? Also das ist alles auch da. Und natürlich muss das alles auch irgendwie einander zusammenspielen. Aber das erste, was man anschaut, führt es zur Einheit oder führt es zur Spaltung? Und daher, ich glaube, wenn wir über Corona nachdenken, ist das ein Thema, das extrem viel Potenzial hat zur Spaltung, nicht? Weil es tausend verschiedene Meinungen gibt, wie man damit umgehen soll, was man tun soll. Und es ist nicht immer so ganz so klar, nicht was man tun soll. Es ist nämlich nicht so sehr eine Entscheidung zwischen Gut und Böse, sehr oft, sondern es ist eine Klugheitsentscheidung, wie ich ein allgemeines Prinzip, ein Prinzip des Evangeliums anwende, eine konkrete Situation. Und da ist es nicht immer ganz so ganz klar, weil wir öfters die Entscheidung nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und was wäre jetzt besser? Oder was ist einfach eine kluge Entscheidung in dieser Situation? Oder es scheint uns vielleicht, dass beide Möglichkeiten nicht so wahnsinnig toll sind. Was ist einfach dieses Kriterium im Einheit des Geistes sehr, sehr wichtig? Paulus sagte in einer seiner Briefe zu einer seiner Gemeinden, die er versucht hat, irgendwie auch auf diesen Weg auch der christlichen Liebe zu führen, ich habe gehört, es gibt Spaltungen unter euch und ich glaube es fast. Und da ist einfach die Einladung vielleicht an euch, an mich selber, dass wir schauen, also was macht dieses Corona-Ding mit uns, nicht? Wenn es uns, wenn es uns führt zur Einheit, wenn es uns führt zur Liebe, wenn es uns mich aufbaut als Mensch, dann sind diese Gedanken, die in mir sich herumtreiben, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich vom guten Geist. Wenn sie aber mich nach unten ziehen, wenn sie mich frustrieren, wenn ich nur innerlich aufgeregt bin die ganze Zeit, da muss man sich sehr fragen, wessen Geisteskind, wo das alles herkommt. Es ist interessant, wenn man die Kirchengeschichte schaut, gab es immer wieder problematische Zeiten, noch die viel verrückter waren als unsere. Es gab so einen Moment, so vor einigen hunderten Jahren schon zurück, wo es gleichzeitig drei Päpste gab. Man wusste nicht, okay, wer ist jetzt der Richtige? Und da gab es drei Heilige, wo jeder eine andere Option gewählt hat. Da gab es zum Beispiel die heilige Jean d'Arc in Frankreich, wo nach sie begonnen, also er schon begonnen hat, einige Male, einige Schlachten zu gewinnen und die Engländer aus dem Land zu werfen, wo einige französische Adelsleute dann zu ihr gekommen sind und merkt dann vielleicht, es ist doch nicht eine Hexe und sie dann begonnen haben, um Rat zu fragen. Und eines dieser Briefe fragte ein französischer Edelmann von den drei Päpsten, die es gerade gibt, wer ist der Richtige? Und sie hat zurückgeschrieben, hat gesagt, mehr oder weniger sinngemäß. Also interessante Frage, vielleicht werde ich mich diese Frage irgendwann mal widmen, aber im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Also geniale Antwort. Aber es gab auch einen anderen Heilige, der war total für einen Papst, oder was er meinte, war der Papst, und total gegen den anderen. Und es gab einen anderen Heiligen, der total für den anderen Papst war und total gegen denjenigen, für die andere Heilige war. Also das heißt, es gibt solche Situationen, Situationen, einfach Umstände, wo wir nicht immer ganz so klar wissen, was machen wir jetzt überhaupt. Und ich glaube auch gerade in diesen Zweifelsfällen, es gibt so einen lateinischen Spruch, das heißt, ja, also die Wahrheit ist super wichtig, aber die Wahrheit in der Liebe, denn Wahrheit ohne Liebe ist ein dröhnendes Erz, kann sehr verletzend sein. Und Liebe ohne Wahrheit ist blind. Aber wenn es Zweifel gibt zwischen Menschen, in euch, uns, mich selber, unsere Gemeinde gerade auch, gerade jetzt in diesen Zeiten von Corona sehr, sehr, sehr ermahnen, weil in unsere Wunsch und Sehnsucht, die Wahrheit in den Raum zu stellen, können wir sehr schnell und extrem schnell einfach abfallen von dem Wesen dessen, was eigentlich Evangelium sein sollte und sehr schnell Pharisäer werden. Und das wäre sehr schade, gerade jetzt, wo wir Christen aufgerufen sind, Zeugnis vom Nichts zu sein, der Einheit im Geiste und die Wahrheit, die in der Liebe gegründet ist. Gottes Segen.